Wir wollen uns in dieser Folge mit der Frage beschäftigen, wie wir in Tabellen Werte finden können über Schlüsselworte und dann Werte, die diesen Schlüsselworten zugeordnet sind, weiterverarbeiten können. Das Schlüsselwort, die Funktion, die wir dazu verwenden werden, ist die Funktion S-Verweis. Eine Funktion, die in Excel schon etwas unpraktisch oder unhandlich in der Bedienung ist. Das werden wir uns dann gleich angucken. Mittlerweile gibt es eine neue Funktion, die nicht so unlogisch in der Bedienung ist. Das ist die Funktion X-Verweis. Diese Funktion X-Verweis hat den Nachteil, die gibt es erst in den neueren Excel-Versionen. In der Excel-Version bis einschließlich 2019 ist diese Funktion X-Verweis nicht verfügbar. Tatsächlich gibt es immer noch sehr viele Rechner und Arbeitsplatz-PCs, die noch auf einer älteren Excel-Version arbeiten oder mit der Version 2019 arbeiten, sodass dieses X-Verweis nicht verfügbar ist. Das heißt, wenn man dann ein Excel-Tool baut zur Analyse von Daten, Verarbeitung von Daten und dieses X-Verweis verwendet, dann funktioniert das Excel-Tool auf diesen älteren Excel-Versionen nicht. Deswegen konzentrieren wir uns erst mal auf dieses S-Verweis, gehen aber dann ganz kurz am Ende noch auf das X-Verweis ein und schauen uns an, wie diese Funktion anzuwenden ist. Was haben wir hier an Daten? Gucken wir uns die zuerst mal an. Wir haben hier eine Tabelle mit Landwirten. Die haben Ackerfläche, bauen verschiedene Nutzpflanzen an, auf einem bestimmten Hektar Ackerfläche. Und die haben dann auch noch Nutztiere für verschiedene Arten und entsprechende Mengen an Nutztieren. Die Frage, die wir uns jetzt hier stellen und beantworten wollen, ist, wie können wir bestimmen, wie viel Biogas diese Landwirte erzeugen können. Wir sehen nämlich hier in dem zweiten Karteireiter hier unten Umrechnung. Da sehen wir zwei weitere Tabellen. Einmal diesen Bereich des Rohstoffes. Da sehen wir dann abhängig von dem Nutztier oder der Nutzpflanze, wie viel Biomasse entsteht, nämlich Gülle, Festmist oder Trockenkot, abhängig jetzt von dem Nutztier. Oder bei den Pflanzen entstehen Trockenfrischmasse, FM. Pro Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche fallen entsprechende Mengen an Frischmasse an. Dann der zweite, die zweite Tabelle hier oben, ist der Biogasertrag, ein Normkubikmeter. Bei Gasen ist es ja so, wenn ich den Energieinhalt kennen will, brauche ich Kenntnis über Volumendruck, Temperatur. Das kennt man aus der Thermodynamik. In dem Fall beim Normkubikmeter haben wir so 0 Grad Celsius und 1 Bar Druck. Anhand dieser Größen hier, Gülle fest mit Trockenkot und Frischmasse, können wir dann umrechnen aus den Tonnen oder Kubikmetern, wie viel Normkubikmeter Biogasertrag entsteht. Das heißt, was müssen wir jetzt machen, wir müssen jetzt hier diese Tabelle verwenden. Einmal für die Nutzpflanzen und darüber hinaus für die Nutztiere, um dann über die Verknüpfung dieser beiden Tabellen hier zu berechnen, wie groß der Biogasertrag jedes Landwirts ist und dann noch den Gesamtbiogasertrag. Das ist die Aufgabenstellung und dazu nutzen wir die Funktion S-Verweis. Gucken wir uns die mal kurz an, wie die aufgebaut ist in der Hilfe. Also, wir haben ein Suchkriterium. Durchsucht die erste Spalte einer Matrix und durchläuft die Zeile nach rechts, um den Wert einer Zelle zurückzugeben. Das heißt also, wir geben hiermit eine Matrix an, in der wir etwas suchen, einen Suchbegriff, und sagen dann, in welcher Spalte unserer Tabelle steht dann der Lösungswert oder der Rückgabewert. Wenn wir das mal hier auf unsere Funktion anwenden oder diese Tabelle hier anwenden, wenn ich jetzt sagen würde, ich suche nach der Nutzpflanze des Bauern Schulz, dann müssten wir sagen, hier bei Bauer Schulz, wir suchen nach Schulz und Rückgabewert steht in der dritten Spalte. Machen wir mal das Beispiel, irgendwas mal aufbauen. Also, wir suchen jetzt hier in Anführungszeichen den Namen Schulz, geben jetzt die Tabelle an, die wir zum Durchsuchen verwenden wollen, sagen dann, in welcher Spalte steht mein Ergebnis 3. Und jetzt kommt der abstruseste Parameter, deswegen ist diese Funktion S-Verweis so komisch, das ist ein optionaler Parameter. Man gibt dort wahr oder falsch ein. Wenn wir dort wahr eingeben oder nichts angeben, das ist der erste Wert, dann sucht er, ich stehe das ja nur auf Englisch, also den ungefähren Wert. Das heißt, er sucht nach dem ungefähren Wert oder Eintrag Schulz. Völlig unsinnig, das mag Anwendungsfälle geben, aber wirklich viele kennen, fallen mir da nicht ein. Man muss also immer, das ist wichtig hier, immer als vierten Parameter falsch angeben. Falsch sagt, es muss ein Exact Match sein. Also, dieser Begriff, den wir hier in Anführungszeichen gesetzt haben, der Begriff Schulz, muss hier vorkommen. Wir machen gleich mal ein Beispiel, was passiert, wenn man das mal mit dem wahr macht. Also, was passiert? Wir kriegen hier als Ergebnis, schieben wir das mal einmal rüber, Silomais zurück. Warum? Wir haben gesagt, durchsuche diese blau markierte Tabelle nach, und zwar in der ersten Spalte, das ist wichtig, das Suchen geht immer nur in der ersten Spalte bei der Funktion S-Verweis. Durchsuche bitte diese Tabelle nach dem Wort Schulz, das ist hier, Zeile 10, und gebe dann den Wert zurück in der dritten Spalte, 1, 2, 3, Silomais. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel Meier eingeben, gibt es Zuckerrüben. Also, von daher, vom Aufbau her ganz sinnvoll, aber wichtig, wie gesagt, hier dieser Begriff falsch. Wir machen das Beispiel nochmal. Ich kopiere mir diese Funktion mal hier runter. Wir machen jetzt mal hier wahr. Und er gibt Getreide aus. Was hat er jetzt gemacht? Also, wir suchen jetzt hier in dieser Tabelle nach Meier. Ja, und aus tatsächlich nicht ganz klaren Gründen stellt er fest, beim Durchsuchen dieser Tabelle trifft er hier zum ersten Mal Schneider auf Getreide. Schneider und Meier haben nichts miteinander zu tun. Die sind halt hier auch irgendwo, kommt ein E und ein ER vor. Offensichtlich scheint er dann hier diesen Wert Getreide zurückzugeben, dadurch, dass wir hier den Parameter wahr übergeben haben als ungefähres Suchergebnis. Also, man sieht völlig unsinnig diese Funktion. Das macht sie wirklich sehr unglücklich in der Bedienung. Wichtig ist also, sich zu merken, man muss immer als vierten Parameter bei S-Verweis hinten als Bereich Verweis den logischen Wert falsch angeben. Wenn man ihn weglässt, ist es automatisch auf Wahr gesetzt. Das ist der Standardwert. Also, immer auf Falsch setzen. So, jetzt haben wir die Funktion verstanden. Wir können diese hier löschen und machen jetzt folgendes. Wenn wir jetzt das Problem lösen, Schritt 1 ist, wir müssen wissen, wie viel Biomasse entsteht durch die Tiere und durch die Pflanzen. Wir trennen das. Wir machen das erst für die Pflanzen und dann für die Tiere. Das heißt also, wir wollen jetzt hier wissen, wie viel, wir gehen noch mal kurz in die Tabelle Umrechnung, also wie viel entsteht hier. Das ist die Menge. Also Menge Biomasse und Einheit Biomasse. Die nehmen wir mit. Das ist, denke ich, ganz sinnvoll. So. Wir nehmen jetzt noch die Funktion S-Verweis. Woran suchen wir? Wir suchen nach Silomais. Dann müssen wir die Tabelle angeben. Da wählen wir hier direkt die ganze Tabelle. Die ist jetzt leider verdeckt, jetzt nicht mehr. Wir nehmen hier die ganze Tabelle und machen hier unsere Dollarzeichen dran. Was man jetzt hier auch noch sieht, wieder dadurch, dass wir die Tabelle gewechselt haben, steht hier vorne dann der Tabellenname oder der Schiedname Umrechnung. Das C2 bezieht sich, weil wir jetzt nichts angegeben haben, immer auf die Tabelle, in der wir gerade sind, nämlich in der Tabelle Landwirte. Nächste Frage ist, welche Spalte müssen wir zurückgeben? Das ist in unserem Fall die zweite Spalte, Spalte B. Und wir müssen falsch angeben. Und erhalten jetzt hier zurück, die Menge Biomasse sind 60. Prüfen wir kurz beim Silomais, was müsste rauskommen? 60. Und die Eilheit ist Tonnen Frischmasse pro Hektar. Also, das machen wir auch. Wir nehmen diese Funktion hier. Ich nehme die ganze Funktion, um das jetzt rüber zu kopieren, damit wir diese relativen Referenzierung nicht falsch machen. Also, ich kopiere mir diese Funktion vollständig mit den Parametern und sage hier, was ich jetzt hier ändere, Spalte 3. Denn in der dritten Spalte steht ja unsere Einheit, das er hier markiert. Das können wir jetzt einmal runterziehen und haben hier die entsprechenden Mengen. Das Gleiche machen wir jetzt für die Nutztiere, also Menge Nutztier Biomasse. und Einheit. Ich schreibe es mir etwas kürzer auf, damit wir ja genug Platz haben. So, der Weg ist der gleiche. Ich nehme diese Funktion hier wieder. Ich kopiere hier wieder den Funktionsbegriff hier oben aus der Funktionszeile. Kopieren, füge ihn hier ein. Die Tabelle bleibt die gleiche. Ich muss hier nur statt auf C2 auf E2 gehen, nämlich auf die Milchkuh. Spalte ist richtig, falsch ist richtig. Sind 20. Gucken wir mal nach. Die Milchkühe machen 20. Und jetzt brauchen wir noch die Einheit. Kubikmeter Gülle pro Tier. Also hier können wir schon kopieren diese Funktion. Kopieren sie hier rein. Ändern hier die 3, weil wir die dritte Spalte haben wollen. Und erhalten die Einheit des Tieres. Haben dann hier die entsprechenden Mengen. Prima. Dann haben wir das Erste schon geschafft. Jetzt wissen wir schon mal grundsätzlich, wie viele Einheiten entstehen pro Hektar und pro Nutztier. Das heißt, wenn wir jetzt die Gesamtmenge haben wollten, müssten wir natürlich hier die Spalte B mit der Spalte F multiplizieren und D mit H. Wir holen uns aber erstmal noch die ganzen Werte zusammen, damit wir sie hier in dieser Tabelle zusammen berechnen können. Als nächstes müssen wir jetzt gucken, wie viel Biogasertrag entsteht, abhängig hier von diesen Einheiten. Da stellen wir jetzt fest, das funktioniert nicht direkt, weil hier diese markierten Werte in der Spalte C stimmen nicht mit den Daten in der Spalte E überein. Was machen wir da? Wir spendieren uns einfach eine neue Spalte, damit das etwas einfacher ist. Und wir müssen sie in der ersten Spalte haben. Also Gülle ist immer in Kubikmeter pro Gülle Tier. Wir haben den Festmist. Wir haben den Trockenkot bei den Hühnern. Und wir haben hier die Einheit Frischmasse pro Hektar. Also was habe ich jetzt hier gemacht? Ich habe jetzt diese Tabelle ergänzt. Das war ja unsere Ursprungstabelle. Jetzt möchten wir gleich mit S-Verweis wieder arbeiten. Wir wissen, S-Verweis sucht immer in der ersten Spalte nach den Werten. und wir haben ja diese Werte jetzt in unserer großen Landwirtetabelle stehen und können dann hier über diese Tabelle diese Mengen an Normkubikmeter bestimmen. Wie machen wir das jetzt? Fangen wir hier an. Biogas aus Pflanzen und Biogas aus Tieren. Die Einheit kennen wir. Das sind immer Normkubikmeter. Die lasse ich jetzt an dieser Stelle mal zur Vereinfachung weg. Also wir brauchen wieder den S-Verweis. Und nach suchen wir. Wir suchen nach dieser Einheit. Das ist immer die gleiche. Das macht die Sache etwas einfacher. Wir geben unsere Tabelle an. Das ist diese ganze Tabelle hier mit der ersten Spalte. Denn hier nach suchen wir. Welche Spalte wollen wir haben? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Spalte J ist die sechste Spalte. Und ganz wichtig wieder falsch. Das heißt also aus der Frischmasse bekommen wir 160 Normkubikmeter. Prüfen wir kurz. Das stimmt. Da sollte ich jetzt hier steht gleich überall der gleiche Wert. Was ist hier noch falsch gelaufen? Ich habe vergessen die Tabelle zu fixieren. Das müssen wir noch nachholen. Dann sollte das auch besser klappen. Sehr gut. Das gleiche machen wir jetzt mit den Tieren. Ich kopiere wieder meine Funktion. Kopiere sie hier rein. Und das was ich jetzt hier ändern muss ist einmal die Referenzierung auf die Spalte I und die Zelle 2. Also I2. Der Rest bleibt gleich. Die Tabelle ist die gleiche. Die Spalte 6 bleibt die gleiche. Und es bleibt bei dem Keyword falsch. Ziehen wir runter. Stellen wir fest, dass aus der Gülle festmisspasst. Trocken, Code. Das sieht alles so weit in Ordnung aus. Gut. Jetzt können wir mit diesen Zahlen, die wir jetzt zugeordnet haben, also einmal diese Zuordnung und diese Zuordnung über diesen Begriff die Funktion S-Verweis, können wir jetzt hier die Biogasmenge berechnen. Also das hier haben wir gesagt, das ist pro, also das ist ja das abhängig nur von einer Tonne Frischmasse. Das heißt, was müssen wir jetzt machen zur Berechnung? Wir berechnen einmal die Ackerfläche, die der Landwirt hat, multiplizieren das mit der Menge an Biomasse pro Hektar, also 5 mal 60. Und wir wissen, aus einer Tonne Frischmasse entstehen 160 Normen Kubikmeter Biogas. Das ist also die Menge an Biogas, die entsteht. Biogas, also Gesamtbiogas Pflanze. Und das gleiche machen wir dann auch nochmal Gesamtbiogas Tiere. Wie sieht die Berechnung hier aus? Wir müssen wissen, wie viele Tiere hat der Landwirt. Wir berechnen die Umrechnungseinheit mal 20 und mal 25, weil wir das hier, weil wir aus der Gülle entsprechende Biogasmengen bekommen, sind also 50.000 Normen Kubikmeter. Naja, das Gesamtbiogas, Biogas, das ist natürlich dann dieses plus dieses, also L2 plus M2. Das hat er nicht gemacht. Also ziehen wir das einfach runter und haben jetzt hier die Gesamtmengen. Diese Spalte hier, Spalte N, das ist unsere Ergebnisspalte. Das heißt, die Summe dieser Spalte das ist die Gesamtmenge des Biogases. Ich gucke mal ganz kurz die Einheit dahinter, damit wir die haben. Nehmen wir die ruhig mit. Also das ist das Ergebnis hier. Wir haben tatsächlich in Summe diese 1,6 Millionen Normen Kubikmeter Biogas erzeugt durch den Einsatz der Nutzpflanzen und der Nutztiere unser 20 Landwirte. Und die entscheidende Funktion, um das zusammenzurechnen, ist Essverweis. Das heißt, wenn wir jetzt neue Landwirte ergänzen würden oder sich hier etwas an der Nutzpflanzen, an den Nutztieren ändern würde, dass jetzt der Bauer Hoffmann hier auf Mais setzen würde und statt der Hühner auch Pferde halten würde, dann würde sich hier entsprechend automatisch der Wert ändern. Also wir haben wieder eine dynamische Excel-Tabelle erzeugt. Jetzt noch zum Schluss die Erläuterung der Funktion xVerweis. Gucken wir uns die mal einmal an, wie die aussieht. Also xVerweis ist ähnlich. Auch hier geben wir das Suchkriterium an, geben dann die Matrix an, in der wir suchen wollen, haben dann die Rückgabematrix, also das ist quasi die Spalte in unserem Fall, wo der gefundene Wert dann zu finden ist. Dann können wir noch ergänzen, wenn wir den Wert nicht finden sollten, dann spuckt sVerweis eine Fehlermeldung aus, haben wir gerade gesehen, dieses Doppelkreuz NV. Hier können wir sogar angeben, wenn wir es nicht finden, was soll er dann schreiben? Und dann haben wir hier noch zwei weitere Parameter, den Vergleichsmodus, also wie soll verglichen werden und der Suchmodus. Da muss man jetzt nochmal in die Details gucken, dieser Funktion, also was das jetzt mit diesem 0 und 1 bedeutet. Dieses 0 entspricht quasi diesem Falsch und dieses 1 als weitere optionale Parameter, das sind ja alles drei optionale Parameter, gibt halt anstatt mehr, sie suchen wir vom ersten bis zum letzten Element, das können wir auch noch eingrenzen, wenn man möchte, ist aber tatsächlich glaube ich irrelevant. Also von daher diese Funktion xVerweis ist deutlich besser und einfacher zu bedienen, weil wir das mit diesem Falsch nicht mehr brauchen. Wir können hier noch genau spezifizieren, wo steht denn jetzt der Rückgabewert drin. Das ist ähnlich, wie gesagt, diese Funktion existiert erst ab der Excel-Version nach 2019 und es gibt natürlich immer noch verhältnismäßig viele Arbeitsplatz-PCs an Hochschulen, in Unternehmen, die noch auf der 2019er-Version laufen, sodass das X-Verweis nicht funktioniert und wenn man dann solch ein dynamisches System hat mit dem S-Verweis funktioniert das Excel-Tool auf diesen Rechnern nicht. Deswegen, auch wenn diese S-Verweis-Funktion nicht gut ist und auch nicht logisch aufgebaut ist oder nicht ganz so logisch aufgebaut ist mit diesem vierten optionalen Parameter falsch, ist es doch sinnvoller, weiterhin auf S-Verweis zu setzen. Bei X-Verweis sagt man, man muss auch nicht zwingend in der ersten Spalte suchen. Das gibt hier diese Suchmatrix, die kann auch irgendwo sein. Das muss nicht die erste Spalte sein. Bei dem S-Verweis muss man gegebenenfalls Tabellen, die man durchsuchen möchte, nochmal umsortieren und umorganisieren, dass der Suchbegriff in der ersten Spalte steht. Also S-Verweis ist nicht so flexibel wie X-Verweis, aber die Kompatibilität ist nicht gesicher gestellt, sodass man, meine Empfehlung, weiterhin noch mit der Funktion S-Verweis arbeiten sollte und dann halt ein paar Hilfsmittel braucht, um entsprechend eine Kompatibilität mit älteren Excel-Versionen hinzubekommen.